Musik Die CDU-Fraktion auf Sommerklausur im Weimarer Land. Der politische Fahrplan für das letzte Drittel des Jahres sollte abgesteckt werden. Doch bevor auf Schloss Ettersburg bei Weimar Nägel mit Köpfen gemacht wurden, wollten die CDU-Abgeordneten wissen, wie es um den Landkreis bestellt ist. Aber warum gerade das Weimarer Land? Ich glaube, es war in der Zeit, nachdem Christine Lieberknecht vier Jahre lang Fraktionschefin war und jetzt ich das vier Jahre lang gewesen bin, dass wir auch mal in unsere eigene Heimatregion gehen. Das ist eine Impulsregion zwischen Erfurt, zwischen Weimar, zwischen Jena, der ländliche Raum, der sozusagen umfasst wird von diesen Städten und mit großen Entwicklungschancen. Und die wollten wir uns heute anschauen. Also, die Arbeitskreise der CDU-Fraktion schwärmten aus und am ersten Tag standen da gleich zehn Stationen auf dem Plan. Unter anderem die Zentralklinik Bad Berger. Die CDU-Politiker holten sich im Gespräch mit ärztlichen Direktoren und Geschäftsführern von Thüringer Krankenhäusern wichtige Impulse und Hinweise für ein neues Krankenhausgesetz, das gerade in Arbeit ist. Ja, das Krankenhausgesetz macht jetzt den dritten Anlauf. Wir haben vor, wir wollen das in dieser Wahlperiode abschließend. Das Krankenhausgesetz muss sich an den neuen medizinischen Ansprüchen messen lassen. Aber es muss auch, ich sage, entsprechend dazu beitragen, dass in Thüringen die Fläche überall gewährleistet ist. Das heißt, wir müssen den Spannungsbogen zwischen Hochleistungsmedizin, aber auch zwischen der Versorgung in der Fläche gewährleisten. Ich denke, das wird noch ein anspruchsvolles Thema werden. Den werden wir uns stellen. Die CDU-Abgeordneten stellten sich auch den Fragen der Lehrer und Eltern bei einer Gesprächsrunde in der Aktivschule in Berlstedt. Es gab viel Kritik an der von der SPD geführten Schulpolitik. Einige Hausaufgaben gilt es unbedingt zu erledigen. Also man kann drei Wünsche der Lehrer, Eltern und auch Schulträger formulieren. Zum einen sind sie der Auffassung, dass die Übertrittsquoten an die Gymnasien doch wieder auf ein anderes Maß zurückzuführen wären. Das kann ich nur unterstreichen, denn sowohl Regelschulen als auch Gymnasien leiden unter einer zu hohen Übertrittsquote, die ja oftmals auch schon über 50 Prozent liegt. Zum Zweiten ist es die Frage des gemeinsamen Unterrichts. Hier gehört einfach die Ideologie und das Tempo um drei Zähne zurückgeschaltet, wenn man gemeinsam Unterricht dorthin bringen möchte, dass er auch gelingt. Und natürlich das dritte drängende Problem ist die Frage des Personals an unseren Schulen. Wir müssen es schaffen, dass genau die Lehrer ausgebildet, die Thüringen auch braucht. Da muss das Kultusministerium mit den Hochschulen die Hausaufgaben machen. Und ansonsten muss es gelingen, dass man die Absolventen hier im Lande hält. Das heißt, sie müssen eben rechtzeitig erfahren, dass sie eine Stelle antreten können und die dann eben auch mit 100 Prozent Entlohnung. Und dann bleiben sie auch hier und es gelingt uns, den gesunden Altersmix in der Schule herzustellen. In Bad Bergham machte sich die CDU-Fraktion ein Bild über den Zustand der freiwilligen Feuerwehr. Die Technik ist da, das Feuerwehrhaus sehr gepflegt, dafür hapert es an anderer Stelle. Das Problem hat die Feuerwehr wie alle mit Nachwuchs. Die sind auch froh, dass wir die Juchenfeuerwehr mit sechs Jahren jetzt beginnen. Aber man muss sie ja zehn Jahre bei der Stange halten, um sie dann erst einmal überhaupt in die Feuerwehr hineinzukriechen. Das wird das Problem, was am meisten steht. Leute, Technik läuft, Leute brauchen wir. Und da gibt es Probleme. Und sie haben uns noch ein paar Dinge mitgegeben, wo wir dann noch einmal intern darüber reden werden, was da noch zu ändern und was zu machen ist. Und es gibt durchaus noch Möglichkeiten, wo die Politik die Kameradinnen und Kameraden unterstützen kann. Also im Moment kann die Politik, wir müssen alle Mann gemeinsam der Kommune helfen, ist ja Pflichtaufgabe. Das entsprechend auch, ich sag mal, die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden hier ist ein Hauptamtlicher, alle anderen sind ehrenamtlich. Die müssen also frei ins Bad gehen dürfen. Die dürfen den Raum, der hier oben ist, Familienfeiern, die Feuerwehrangehörigen kostenlos nutzen. Wir müssen die unterstützen, dass sie bei der Stange bleiben und mitmachen. Eine weitere wichtige Station auf der Tour durchs Weimarer Land war die Kloppenstadt Abpolda. Bekannt auch durch den sogenannten Eiermannbau und die Ausstellung Die Moderne in Thüringen vom Bauhaus zu Egon Eiermann. 2019 soll hier die internationale Bauausstellung stattfinden und zwei Jahre vorher, also 2017, die Landesgartenschau. Die vielen Baustellen in der Innenstadt machen auf die Großereignisse längst aufmerksam. Es tut sich was in Abpolda. Also in der Landesgartenschau ist ja immer die Chance für eine Stadt, sich nochmal in neuem Grün zu zeigen. Und für Abpolda, die Stadt, die vor allen Dingen für Textilindustrie, für Glockenbau, für Domainer etc. steht, ist es glaube ich auch eine große Chance, dass wir aus dem industriellen Umbruch, den wir seit 1990 erlebt haben, auch nochmal einen städtebaulichen Aufbruch vornehmen können. Das ist die eigentliche Chance, dass wir bestimmte Areale in der Stadt neu aufwerten können. Mir fällt beispielsweise die Bahnhofstraße ein, wo einiges zu tun ist. Wir haben wunderschöne Villen hier, die natürlich nicht mehr ganz so im Schuss sind, wie sie es sein müssten. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung, vor der eine Landesgartenschau steht, letztlich die, wie man diese Stadt eben da nochmal in den neuesten Glanz hineinversetzt, also neue Funktionen findet und sozusagen auch diesen industriellen Wandel, den wir durchgemacht haben, dann nochmal für einen neuen Aufbruch nutzt. Am Ende des ersten Tages hatten die Politiker also eine Menge Eindrücke gesammelt. Ein Gesprächsabend mit den Kommunalpolitikern vor Ort folgte noch. Ja, viel Stoff also, den es am Tag darauf zu verarbeiten galt. Ein Großteil der Impulse von den Bürgern wurde anschließend in die Ettersburger Beschlüsse aufgenommen. Dabei stand die Forderung nach einer soliden, schuldenfreien Haushaltspolitik ganz oben. Doch gerade beim Haushalt streiten sich die Koalitionspartner. Wir erwarten ja als Parlamentarier darauf, dass die Regierung sich einigt und sind aber als Christdemokraten auf der Seite des Finanzministers und der Ministerpräsidentin, die sagen, es gibt einen ausverhandelten Doppelhaushalt ohne Neuverschuldung. Und das wollen wir auch so verhandelt wissen und auch als Ergebnis vorgelegt haben. Die Sozialdemokraten wehren sich. Wir haben einen Beschluss vorbereitet, der umfasst, dass die Landtagsfraktion unterstützt diesen Kurs. Es gibt einen Doppelhaushalt für diese Wahlperiode. Das schafft Planungssicherheit, das schafft Verlässlichkeit und schafft vor allen Dingen frühzeitige Investitionen in der Wirtschaft. Und darauf kommt es uns an. Ja, und solange es keinen Doppelhaushalt gibt, so lange wird der Bart des Fraktionsvorsitzenden wachsen. Ich nehme jeden Tag mit Erschrecken zur Kenntnis, es gibt immer noch keine Einigung und ich muss mir überlegen, ob ich an diesem Prinzip festteile, dass ich den Bart stehen lasse, bis es einen Doppelhaushalt gibt. Vielleicht werde ich die nächsten zehn Jahre stehen. Der Bart muss ab. Da sind sich, glaube ich, alle Mitglieder der CDU-Fraktion einig. Das ist, glaube ich, alle Mitglieder der CDU-Fraktion einig. Der Bart muss ab. Das ist, glaube ich, alle Mitglieder der CDU-Fraktion.